Ich grüße dich herzlich. Ich möchte gerne über Darmreinigung sprechen. Viele fragen mich, wenn zum Beispiel Kinder mit Rizinusöl nicht klarkommen, was kann man da machen? Ich habe mir einfach Rezeptur aufgeschrieben, dass ich einfach dir durchgeben kann und du ausprobieren kannst. Das ist für Kinder. Du brauchst dafür ein halbes Glas Apfelsaft mit Fruchtfleisch, also kannst du es mixen. 2 Esslöffel Zitronensaft, frisch gepresst natürlich. 1 Teelöffel frisch gepresster Ingwer-Saft. 1 halbe Teelöffel Himalaya- oder Halli-Salz. 1 halbe Glas Wasser und auf nüchternem Magen in der Früh, das Kind sollte trinken. Es reinigt sehr gut Darm. Und es gibt noch andere Rezepte, das ist Zedernussmilch mit Honig und mit Kakaopulver. Du nimmst zum Beispiel 100 Gramm Nüsse, 1,5 Liter Wasser, 1 Teelöffel von Honig und 1 Teelöffel von Kakaopulver im Rohkostqualität. Und dann gibst du eine Tasse, das Kind trinken. Er kann zwei Tassen trinken, drei Tassen trinken. Es reinigt auch Darm beim Kinder sehr gut. Die haben nicht diese Problematik, was bei den Erwachsenen. Bei den Erwachsenen wird das nicht so funktionieren. Kinder, die brauchen intensivere Mittel wie Rizinusöl. Aber Kinder reicht es, auch kleine Kinder reicht. Wenn die erste Rezeptur war, durch die Ingwer sehr scharf für Kinder, du kannst Zedernussöl probieren. Alles Gute in Liebe dir. Mach's gut. Tschau. Tschau. Tschau.